Hier gibt es Freude, Liebe zum Körper, zur Natur, zur Menschheit und zum Geist. Hier gibt es die Schulden, die Schulden, und die Geist der Oltretombe. Hier gibt es nicht die Erde, die Eterne. Hier gibt es die Erklärung des Inneres, die alle kommen, die vorsichtig meditieren, Es gibt keinen Sinn im Leben, wenn alles mit dem Tod endet. Es gibt keinen Sinn im Leben, wenn alles mit dem Tod endet.